Sie ist der Motor der deutschen Frauen, Sarah Debritz. Die Mittelfeldspielerin spielt derzeit beim Amtierenden französischen Meister und Pokalsieger Olympique Lyon. Die 28-Jährige gilt als Führungsfigur innerhalb des Teams. 2012 gab die Oberpfälzerin ihr Bundesliga-Debüt für den SC Freiburg. Es folgten Stationen bei Bayern München und Paris Saint-Germain. Die Nationalspielerin studiert neben ihrer ruhmreichen Karriere auch Wirtschaftspsychologie. Laut eigener Aussage versucht sie bis zum Ende ihrer Karriere damit fertig zu sein. Debritz gilt als Routinier in der Nationalmannschaft. Sie kommt auf 95 Länderspiele und ist für Bundestrainerin Martina Vosteklenburg, eine der Achsenspielerinnen im Mittelfeld. Zu ihren größten Erfolgen mit dem DFB zählen die Europameisterschaft 2013 und der Olympiasieg 2016. Die Nationalspielerin ist seit Jahren mit ihrem Freund Lukas Dotzl alliiert. Dieser teilt die Fußballleidenschaft und spielt derzeit in der Regionalliga beim SV Donaustau. Die beiden zogen mit Debritz' Wechsel ins Ausland nach Frankreich. Sarah Debritz, eine Spielerin, auf die Vosteklenburg sicherlich nicht verzichten kann.